Da verschwinden die Ohren, föhnen, das riecht so ein Wasserfall herunter. Und nachdem ja unser Körper aus Wasser entsteht, so einen großen Teil, fangen das dann alles zu schwingen ab. Man sieht das auch, wenn man da raus geht, da hat man das Blasen. Also wir haben einmal raus, das ist einmal richtig drin, das ist wunderschön. Wird das verkauft worden? Ja, klar. Es ist eigentlich schon verkauft worden, mit einem Fünf-Sterne-Hotel. Und ich dachte, das ist auch so für Burn-out-Kliniken. Wenn es jetzt bis in die Nähe liegt, dann kommt jetzt einmal da raus.